Herzlich Willkommen zu noch einer Folge Titan Souls, also FischkopTV, ja, Titan Souls. Ihr wisst doch, was gemeint ist. Schreibt mich nicht immer an, nur weil ich dick bin, ja. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen auch in den Chat, ja, denn wir streamen das Ganze, ja, wie ihr schon wisst. Und wir spielen das Ganze mit dem Controller. Das mache ich eigentlich nie, aber bei diesem Spiel hier kann man das mal machen. So, diesen Pilz hier haben wir zuletzt kaputt gemacht und jetzt müssen wir wieder raus und dann müssen wir den neuen Weg suchen. Und irgendwer hat mir diesen Weg schon verraten. Ich habe ihn aber vergessen. Und der fing aber, glaube ich, an mit nach rechts gehen, ne? Rechts? Was ist, wenn wir gleich wieder links gehen? Hä? Hä? Hey, der dicke Wikinger ist auch noch da. Oh Mann, ich bin so froh, dass ich morgen nicht arbeiten muss. Ich muss zwar so viel Shit machen, aber immerhin muss ich nicht irgendwo pünktlich sein. Und das ist sehr, sehr wichtig. So, wir schauen uns erstmal um. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Gute Nacht, Good Fame, UG. Schön, dass du da warst. Jetzt wird's krass. Okay. Okay, ne Todeswolke des Todes. Und ich nehme an. Oh, fuck. Ich muss da einfach nur reintreffen in das komische Ding. Kann das sein? Kann das, kann das, kann das sein? Ha. Okay. So und so. Das finde ich sehr gut, weil das dauert ja nicht so lange. Und wir hören wieder die schöne Musik. Death Count 29. Eigentlich müsste ich das hier irgendwie eintragen. Aber ich bin zu faul. Wäre aber ganz geil, ne? Machen wir vielleicht nochmal. Okay. Nein, okay. Ich muss nicht da einfach so reintreffen. Warum nicht? Ah. Oh, shit. Nicht in die Wolke. Nicht in die Wolke. Was muss ich denn jetzt machen? Oh. 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 Wie komme ich denn jetzt da hin? So. Oh. Fuck. Da ist das Ding. Muss ich da nicht reintreffen? Einfach nur. What? Speichelfaden. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Freut mich immer wieder sehr. Okay. Death Count 30. Das letzte lese ich mal nicht vor. Man könnte in YouTube nachher einen Counter einbauen. Ja, das Ding ist, ich muss es heute alles noch fertig machen. Das ist alles kommt in die Woche. Ich werde es nicht großartig schneiden können. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Okay. Wir schießen jetzt mal dabei. Okay. Ich versuche jetzt mal. Ich dachte, die Arme gehen hoch. Und die Arme gehen hoch. Aber in einem eher negativen Kontext. Du Arschloch. Du Arschloch, Pflanze. Ich hasse dich. So sehr. So, so sehr. Gute Nacht, Walnut Place. Ich bin jetzt ein bisschen sauer. Aber nicht so doll. Okay. Ab jetzt wird alles besser. Schwester. Okay. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass... Oh. 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 Wird er jetzt dick? Komm schon. Es war so knapp. Oh. Kacke. Kacke. Kacke, kacke. Kacke. Hey, Hamburger ist auch da. Kannst du nicht pennen? Oh, Mann. Dieses Spiel macht mich fertig. Sind wir beim Dead Counter? Sind wir jetzt bei 32, ne? Ist nicht cool. Hard Mode an. Machen wir gleich. Gute Nacht, Brain AFK. Brain AFK. Okay. Hard Mode an. Wolken des Todes. Tötet mich nicht. Und jetzt. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Warum? Was ist jetzt los? Ich kann nichts sehen. Oh, da ist der Fall wieder. Wieso muss ich ihn jetzt mehrmals treffen? Das ist, weil ich nichts gesehen habe, weil ich den Hard Mode angeschaltet habe. Nathoni schreibt, würde ich zu gerne mal Bloodborne spielen sehen. Ja, ich habe keine Capture-Gabe zu sehen. Da hat jemand gespendet. Danke, Erna. Mann, ey. Äh, Tortellini hat gespendet. Eigentlich muss ich fürs Abi lernen, aber das muss auch mal sein. Bitte mach immer weiter so tolle Streams. Doppelzei. Vielen, vielen Dank für diese Spende. Das ist sehr, sehr nett. Und du musst aber echt fürs Abi lernen, ne? Ich habe mir ja damals den Arsch gebissen, dass ich das nicht so getan habe, wie ich es eigentlich hätte tun sollen. Zum Glück gab es damals noch nicht wirklich Streamer, Alter. Puh, da hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen viel Zeit reingeballert. Okay. Diesmal wird alles besser. Die Taktik ist schon mal ganz gut. Ich glaube, hier mit links hinzugehen. Oh, come on. Come on. Come on. Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, 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 Alter. Ist doch nicht dein Ernst, du Penner, dreckiger Herr. Trotzdem danke nochmal, Tortellini, ne? Für die Spende, das ist immer sehr, sehr hilfreich und nett. Ich werde das auch mal in den Pott tun. Zu den Hearthstone-Spenden. Und dann machen wir mal ein Pack-Opening demnächst wieder, okay? Okay. Wir brauchen nämlich Harrison Jones. Harrison Jones. Wupp. Nimm die Wolken weg von mir. Ah! Nee, nee, Bamchik. Ich kenne Elgato. Ich kenne Elgato sehr gut. Und meines Listens nach gibt es eine bessere Capture-Karte, die auch 1080p macht und 60 FPS, aber nicht die Verzögerung einer Elgato hat. Und ich glaube, die ist von Avermedia. Kostet aber eine Stange Geld und die habe ich im Moment nicht. Deathcounter 35, danke für das Update. Wir spielen weiter. Channel the energy from the up to the down to your heart and then do the shit that has to be done in the shit. Oh, oh. Instant Death? Nein. Noch nicht. Ah. 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 Wolke. Die Todeswolke. Die Todeswolke. Nein. Ah. Jetzt. Jetzt. Yes. Getroffen. Der Pfeil ist noch da drin. Der Pfeil ist noch da drin. Der Pfeil ist noch da drin. Pfeil, komm raus. Bitte. Bitte. Danke. Okay. Was hat sich jetzt geändert? Und... Oh. Was muss ich jetzt machen? Ich muss mich einfach mehrmals treffen. Ist das jetzt echt... Ist das hier echt die Ansage von euch? Yes. Schon wieder getroffen. Gib mir meinen Pfeil zurück, du Nacken. Danke. Okay, noch ist alles gut. Ich stehe ein bisschen unter Spannung. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Uh. Ich habe jetzt schon 35 Mal getroffen. Was soll ich jetzt noch machen? Oder muss ich ihn immer woanders treffen? Muss ich ihn immer woanders treffen? Oh. 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 Wir testen das mal. Wir testen das mal. Nein. Immer in das Auge rein. Immer in das Auge hinein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Auge immer unten, ne? Aber die Wolken machen uns das Leben schwer. Och, komm schon. Och, komm. Ich lese gerade im Chat. Dicker Wikinger schreibt, die Verzögerung der Elgato ist eigentlich Wurst. Nicht, wenn man Multiplayer-Spiele spielt. Soweit ich weiß. Deathcounter ist bei 36. Und ich habe gelesen, einmal treffen reicht aber richtig. Und dann öffnet sie sich. Was heißt denn richtig treffen? Du musst den Pfeil rausziehen. Habe ich doch probiert. Hm. Okay. Ruhig bleiben, Freunde. Diesmal wird alles besser. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Uh. Okay. Okay, ich drücke jetzt die ganze Zeit. Ah, ja. Ah. Okay. Ich habe nämlich immer noch so ein bisschen gedrückt. Und dann kam der Pfeil nicht raus. Wir haben die Taktik. Wir haben sie. Vielen Dank, Mini-Me. Die auch nochmal. Okay. Okay. Now I got it. Deathcount bei 37. Das ist gar nicht viel, ne? Dafür, dass wir jetzt schon relativ weit sind. Behaupte ich jetzt mal. Okay. Okay. Komm her, du dreckige Pflanzer. Und dann muss ich aber alle vier Seiten aufmachen, oder was? Ah. Ich hatte es eigentlich schon raus. Und dann passierte das hier. Und das ist sehr ärgerlich. Ich kotze. Schöner Song, oder? Immer ordentlich drücken, wie auf dem Klo, sagt Hamburger. Meinst du beim Kacken? Ja. Oh, Mann. Ex-Kitty hat montags immer frei. Das ist natürlich geil. Wenn man niemals Montag hat. Okay. Geh los. Achtung. Achtung. Schwenk. Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin sauer! Das count 39 Ruhig bleiben Okay Die scheiß Wolken gehen wir natürlich auf den Sack Aber das ist jetzt nicht so schlimm Oh Geh weg Wolke Oh Okay sehr gut Und raus Die Wolke kommt Scheiße Ist gut Nein Habt ihr das gesehen? Ich hab so einen Arm abgeschossen Geht das immer oder erst Wenn man sie aufgemacht hat? Eine sehr sehr interessante Frage Wir testen das aus Wir werden das einfach mal testen Wir müssen jetzt einfach mal so auf das Ding schießen Wir müssen Death count 40 Geil Die Fischfressende Pflanze Stimmt Weil sie Fische isst Geil Konzentration Okay Die scheiß Wolke da weg Denn die Wolke der Alles gut So weit alles gut Ich bin nicht sauer Total entspanntes Spiel Death count 41 Death count 41 This is not bad Alles gut Pass auf Jetzt die Linkstaktik wieder Und dann Ich war ja auch schon so viel Erfolg Heute Oh yes Keine Angst Keine Angst Oh shit Oh shit Komm her Wow 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 Okay Es ist eine gute Fuck Ich glaube es ist eine gute Taktik Die Arme abzuschießen Man könnte aber auch ohne Was meint ihr? Soll ich Soll ich die Arme erst abschießen? Ist das eine Taktik? Death count 42 Danke sehr Wie wird dein Name ausgesprochen? Teesuganda Alles nicht so Mundai lach nicht Mundai lach nicht Lach mir nicht aus Ich hab grad einen Run Ein frohes Run Yes 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 Oh oh Nein Nicht getroffen Oh oh Okay das war nicht so gut Oh Ich weiß auch nicht was ich Ich weiß auch nicht was ich noch gemacht hab Ich weiß es nicht Ich hab keine Ahnung Ich hab einfach nicht nachgedacht Weil ja oft Nachdenken Ein ganz ganz schlimmer Fehler ist Da muss man echt aufpassen Manchmal muss man einfach viel krasser aus dem Gefühl Sachen machen Es ist so entspannt ne Davor dann immer Mit der Musik I love I love it Fisch du hast einen Nachteil Pflanze ist effektiver als Wasser Weil du ein Fisch bist Das ist Das ist irgendeine Das ist irgendeine Pokemon Anspielung Kann das sein? Ich kenn mich da nicht so aus Leute Ich kenn mich mit Pokemon nicht so aus Ah 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 Hopp Yes Oh 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 Nein Das war nicht so gut Pflanze komm her Oh 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 ich lese was du schreibst ich lese es für die Leute ver복 2018 war da ich werde sogar hier festhalten wurde schreibt Fischi was hältst du davon Wir treffen uns später im TS und nehmen eine Runde HS-Duelle auf. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Sag mir einen Namen, einen Ort, ein Tier und einen Fluss mit dem Buchstaben M. Und ich komme dazu. Nee, ja. Hast du einen TS, den du so... Den du so... Hallo? Entschuldigung, ich muss mich kurz mit Moonlight absprechen. Moonlight. Wie kommen wir da... Haben wir uns da... Wir konnten uns ja per... Ah, per Twitter Nachrichtenquatsch. Kannst du mir deinen TS senden? Okay. Wie ist der Deathcounter? Sind wir schon bei 44? Sind wir schon bei... Ich finde, Fischkopf muss man unbedingt unfair Mario spielen, Alter. Ich habe davon gehört. Das ist glaube ich zu krass für mich. Ich glaube, da drehe ich richtig durch. Ich glaube, da drehe ich richtig durch. Und nicht so lustig, wie das andere machen, sondern ich töte dann niemanden. Schlagzeile Bild. Komischer Vogel mit Fischkostüm tötet Frau, die auf der Parkbank sitzt. Und schreit dabei... Dieses dreckige Kackspiel! Wie bin ich jetzt gerade gestorben? Kann mir das mal jemand erklären? Ich weiß es nicht. Hey, Debarra, kannst du nicht schlafen? Ist voll spät. Und du hast einen Montag. Wir hatten gerade das Thema Montag hier im Chat. Und Kitty hat niemals einen Montag. Also schon, im wahren Leben, aber nicht im Arbeitsleben. Wie geil ist das denn? Die kann sich gar nicht dieses Poster aufhängen, ich hasse Montage. Geht gar nicht. Die versteht Garfield nicht. Wenn die Garfield Comics liest und er sagt immer, ich hasse Montage, dann sitzt sie immer davor und denkt... Hä? Äh, warum denn? Ist doch ein schöner Tag. Der Montag. Ist doch ein wundervoller Tag. Oh! Oh, das war knapp. Oh! Okay, scheiß Wolke. Und... Rein damit. Und aufreißen. Ach, wenn ich zu lange in der Wolke bin, dann sterbe ich auch. Dann sterbe ich auch. Okay, letzter Run für diese YouTube-Folge. Wir streamen dann gleich nochmal. Munda, ich... Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen. Du bist ja noch ein bisschen wach, ne? Mundi. Munderoni. Ich glaube, du bist noch ein bisschen wach. Oder? Weil ich würde das noch ein bisschen streamen. Ein bisschen. Wie viel Tode haben wir? Deathcounter 46. Jetzt war die Wolke. Danke, dicker Wikinger. Ich habe es jetzt gerade selber gecheckt. Ja, ich dachte, die blenden einen nur. Mittlerweile habe ich festgestellt... Die Wolken machen auch Sachen. Okay. Vorsicht. Shit. Oh, shit. Und dann springe ich auch noch genau in den Scheiß. Machen wir mal rein. Ja, meine Nachbarn hassen mich wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich nur die Weiterweckerin. Denn, ich habe das ja schon mal erzählt. Die Nachbarin über mir ist kaum da. Sorry, falls du heute da bist. Und die unter mir, die feiert gerne mal ein bisschen lauter. Und das hat sie auch gestern gemacht. Und am letzten Donnerstag. Da geht immer hier... Und insofern soll die mal hochkommen und sich beschweren. Soll die mal sagen... Das ist eine Französin. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Also, die sollen sich das mal trauen. Nein, daneben! Alter, schwierigster Boss ever. Ah! Nimm die Wolke weg. Nimm die Wolke weg. Nimm die Wolke weg von dir. Ich glaube, meine Taktik jetzt gerade ist nicht so gut, weil da die Wolke ist. Nein! Schon wieder daneben und voll in den Arm gesprungen. Ich habe einen neuen Plan. Neuer Plan. Ich werde jetzt die... Ich werde jetzt diese Arme abschießen. Ja? Aber wir sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und für die YouTube-Zuschauer. Diese Folge ist an dieser Stelle vorbei. Aber es ist nicht so schlimm, denn es kommt ja bald wieder eine. Ja? Danke sehr. Das war euer Fischkopf. Bis bald. So, 1,42, 31.